Ganz kurze Real-Life-Story, Chat. In Bayern gab es Hochwasser, Überschwemmungen. Wartet mal, in welchem Ort es eine Überschwemmung gab, in dessen Ort das Left Lane Lager ist. Digga, in einem Scheißort von Bayern gab es Überschwemmungen wegen dem Starkregen. Und in diesem Kackort ist unser Left Lane Lager. An Leute, die jetzt bestellt haben, Chat, falls die Sachen ein bisschen vergammelt riechen, nehmt es uns nicht böse. Ist ein bisschen schimmlig geworden alles. Aber nicht so schlimm. Einmal waschen, Chat, dann ist auch wieder gut. Ne, Spaß beiseite, Chat. Wir hatten extremes Glück. Also es war tatsächlich in dem Ort, wo unser Lager ist, eine Überschwemmung, Chat. Und diese Überschwemmung war no joke. Nicht mal, würde ich sagen, 10 Meter von unserem Lager entfernt. Also 10 Meter von dem Lager von Left Lane ist ein reißender Fluss entstanden, der irgendwie 15, 20 Meter breit war. Komplett krank. Wirklich crazy, Chat. Da hatten wir so Glück, Digga. Ist das versichert? Boah, ich hab keine Ahnung, Chat. Ich glaube aber schon, ja. Also ich glaube, selbst wenn das Lager jetzt überschwemmt gewesen wäre, wäre da eigentlich alles versichert. Glaube ich. Hoffe ich. Triltile, danke für den Prime. Vielen, vielen Dank. Hast du Bilder? Ja, ich kann euch ein Bild zeigen, Chat. Könnt ihr da was sehen? Das ist ein See. Digga, das ist ein Fluss. Krass, oder? Wirklich krank. Und das war, also dieser Fluss, den ihr gerade gesehen habt, Chat, da ist eigentlich kein Fluss. Da ist einfach ein Feld, Digga. Das ist doch nur ein Foto von einem See. Junge, als würde ich euch jetzt anlügen und erzählen, dass es nie mal Schwemmung gab, Digga, und euch ein fucking Bild von einem See zeigen. Urlaubsfoto war das. Ey, Chat, ihr seid so verloren, ehrlich, Digga. Euch kann man nicht mehr helfen. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank.